Hi Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in diesem Video möchte ich mit euch mal wieder ein LED-Panel einbauen. Dieses Paneel wurde mir freundlicherweise von Eurobay zur Verfügung gestellt. Es ist das 60x60 LED-Panel, ein SMD-Panel, um es genau zu sagen, mit 2600 Lumen und hier in der Lichtfarbe 6000 K. So, bevor wir nun zum Einbau dieses Paneels kommen, müssen wir erstmal ein paar kleine Vorbereitungsarbeiten treffen. Als allererstes habe ich das Paneel auf das Gesicht gelegt und wir müssen hier erstmal die Einbaumase des Paneles ermitteln. Dazu interessiert uns das Maß von diesen Befestigungsösen und zwar die Zwischenmaße zwischen diesen Befestigungsösen. Dazu nehmen wir einfach einen Gliedermaßstab und ermitteln uns diese Maße. Das wären in diesem Fall 57 cm oder mehr zu sagen 570 mm und auf dieser Seite ca. 48 cm, 480 mm. Diese Maße merken wir uns, die müssen wir dann an der Decke aufzeichnen, um unser Befestigungssystem quasi an der Decke nach diesem Maßen anbringen zu können. Diese eben ermittelten Maße zeichnen wir nun hier an der Decke an. Achtet darauf, wo euer Stromanschluss ist und worum das Paneel stehen soll. Dementsprechend zeichnet ihr die Maße hier an. Achtet bitte auch darauf. Wir zeichnen jetzt hier oben ein Rechteck an. Das Rechteck muss rechte Winkel besitzen. Hat es keine rechte Winkel stehen dann eure Drähte dementsprechend schräg und das sieht dann etwas unschön aus. Also nehmt euch bitte einen kleinen Winkelmesser noch dazu und zeichnet eure Maße gewissenhaft an. So, ich mache das jetzt hier mal. Wir gehen hier und zeichnen unsere 57 cm an. So, wichtig ist nun, dass ihr darauf achtet, dass ihr einen rechten Winkel, ich demonstriere das hier mal mit dem Gliedermaßstab, einhaltet. Dazu einfach einen kleinen Winkel verwenden oder rechnet euch den rechten Winkel einfach aus und könnt dann dementsprechend in dem Winkel nach hinten messen und zeichnet nun hier eure 48 cm an. Dasselbe macht ihr auch hier drüben und hier zwischen die 57 cm. Und somit haben wir nun unsere Befestigungspunkte markiert und können nun hier unser Drahtsystem, unser Aufhängsystem befestigen. So, nun habe ich hier meine Drahtseil oder mein Drahtseilsystem, womit ich quasi die Lampe aufhänge. Ich nehme mir von diesen vier Drahtseilen eines heraus. An der Oberseite dieser Drahtseil haben wir hier diese Befestigungsplatte mit diesen drei vorgefertigten Bohrungen. Damit wird die Befestigungsplatte an der Decke befestigt. Habt ihr eine Decke, wie ich hier in diesem Fall, die ihr einfach so einschrauben könnt, braucht ihr keine Dübel vorzubohren oder dergleichen. Habt ihr allerdings eine Art Betondecke oder dergleichen, müsst ihr hier diese kleine Platte jetzt auf eure Anzeichnung mittig aufsetzen, hier diese drei Befestigungslöcher anzeichnen und dann mit einer Vierer oder Fünfer Holzfressschraube einfach diesen Deckel quasi oder diese Befestigungsplatte an der Decke anschrauben. Da ich hier nicht dübeln muss im Vorfeld, kann ich diese Platte direkt an meine Decke anschrauben. Also nehme ich hier diese kleine Befestigungsplatte, halte sie exakt auf meinen angezeichneten oder auf meinen angezeichneten Punkt und schraube sie an der Decke fest. So, damit ist sie befestigt und exakt diesen Schritt wiederhole ich noch weitere drei Mal, bis ich alle Befestigungsseile an der richtigen Position hängen habe. Nachdem wir nun unser Trägersystem, unser Drahtzeitsystem befestigt haben, kommen wir zum Stromanschluss. Hierbei wichtig, Stromanschluss in der Regel nur von einer autorisierten Fachperson durchführen lassen. Ich tue es hier trotzdem mal beispielhaft zeigen. Wichtig auch, bevor wir hier an diesem Stromanschluss arbeiten, muss natürlich der Strom ordnungsgemäß abgeschaltet sein. Das heißt, es reicht nicht aus, nur den Lichtschalter umzulegen. Hier muss die Sicherung raus, der FI raus und es muss auch alles gegen Wiedereinschalten gesichert werden. Also bitte richtet euch hier nach den fünf Sicherheitsregeln der Elektrik. So kann euch nichts passieren. So, als nächstes kommen wir nun zum Anschluss des Travos. Ich erkläre es hier unten, da es hier besser zu demonstrieren geht. Wir haben kommend unsere drei Adern in der Regel. Meistens eine schwarze, braun oder graue für den Außenleiter, den Stromführenden. Eine blaue für den Neutralleiter, Null. Und unsere grün-gelbe für den Schutzleiter, der hier nicht benötigt wird. Allerdings empfehle ich euch hier folgendes. Schneidet ihn bitte nicht ab. Es könnte ja sein, wir wollen irgendwann vielleicht nochmal eine andere Lampe hier anbauen. Dementsprechend besorgt ihr euch meinstweig in so einer Dreier-Lüster-Klemme. Auf der einen Seite steckt ihr eure drei Adern folgendermaßen ein. Ich beginne in der Regel mit dem Außenleiter, in dem Fall braun. Schraube ihn hier links fest. Dann nehme ich meinen Schutzleiter. Den verbinde ich hier mit der Mitte der Lüster-Klemme. Auch wieder anziehen. Und wir haben hier noch unseren Neutralleiter, blau. Den schraube ich hier rechts außen an. Vorteil von dieser Methode, so sind alle Adern quasi in der Lüster-Klemme fest verbaut. Nichts ist mehr offen. Keine blanken, abisolierten Adern hängen hier frei im Raum. Und es kann auch nichts mehr passieren. Dann nehmen wir unseren Travo. Dieser hat nur zwei Anschlussadern. Blau und braun. Blau wird mit dem Neutralleiter, in diesem Fall auch hier, blau verbunden. Einfach hineinschieben, zusammenschrauben. Und braun wird mit unserem Außenleiter verbunden. In diesem Fall auch braun. Aber wie gesagt, er kann auch grau oder schwarz sein. Auch hier drunter schieben. Bitte so weit drunter schieben, dass keine blanken Stellen aus der Lüster-Klemme herausschauen. Auch wieder verschrauben. Und schon haben wir den Stromanschluss von unserem Travo mit unserer Deckeninstallation oder mit unserem Stromkabel, was aus der Drecke kommt, verbunden. Den Travo mit dem Paneel zu verbinden, ist absolut keine Schwierigkeit. Wir haben hier ein vorkonfiguriertes Anschlusskabel in Form eines Steckers und hier der Gegenpol. Und hier wird nun einfach der Travo mit diesem Stecker zusammengesteckt und ist quasi mit dem Paneel verbunden. Den Travo an sich könnt ihr auf das Paneel legen. Wenn ihr wollt, klebt ihn mit doppelseitigem Klebeband hier fest oder ihr könnt ihn an der Decke anschrauben. Je nachdem, wie ihr das möchtet. Ich lege ihn in der Regel auf das Paneel und klebe ihn mit einem doppelseitigen Klebeband oder eventuell mit einem kleinen Punkt Heißkleber fest. Der Travo wird auch nicht sehr besonders heiß. Das heißt, hier kann auch nichts passieren. So, nachdem nun unser Stromanschluss quasi ordnungsgemäß hergestellt ist, trennen wir quasi nochmal den Travo von dem Paneel, sodass wir das Paneel einzeln haben. Nehmen dieses Paneel. Hier müsst ihr jetzt aber aufpassen. Wir hatten nämlich zwei verschiedene Maße. Wir hatten hier zwischen den Befestigungsösen 48 cm und hier zwischen den Befestigungsösen 57 cm. Verdreht also das Paneel jetzt nicht beim Aufbau. Achtet darauf, dass ihr die richtige Öse an der richtigen Stelle anbringt. Jetzt haben wir hier unten einfach unsere Befestigungshaken. Diese funktionieren folgendermaßen. Wir haben hier unten einen Haken. Dort können wir das Paneel einhängen. Und dann haben wir ein schönes Spannsystem. Das heißt, hier schaut die Drahtseilader heraus. Die können wir auf die dementsprechende Höhe hinausziehen, bis wir den Haken auf der Höhe haben, wo wir ihn haben möchten. Er verriegelt automatisch und kann nicht mehr nach unten rausgezogen werden. Müssen wir ihn nach unten schieben, haben wir hier oben so eine kleine Tülle. Da drücken wir leicht drauf und schon können wir unseren Haken wieder nach unten schieben. Also können wir nun so die Höhe unseres Paneels individuell einstellen. Ich hänge nun das Paneel quasi in diese Haken ein, wiederhole diesen Schritt viermal, bis ich das Paneel an allen vier Haken angehangen habe und kann nun meine Höhe einstellen, indem ich einfach, wie gesagt, hier den Draht durchziehe und das Paneel auf die Höhe bringe, wo ich es haben möchte. Jetzt kann ich mein Paneel so einstellen, dass es gerade Waage an der Decke hängt. Wenn ihr nun euer Paneel so gut wie auf Höhe habt, schnappt ihr euch eine kleine Wasserwaage, legt diese hier oben auf das Paneel und könnt nun hier anhand der Blase euer Paneelwaage ausrichten, sodass es schön gerade hängt. Diesen Schritt wiederholt ihr auf allen vier Seiten und habt damit dann euer Paneel gerade ausgerichtet. Da unser Paneel ordnungsgemäß montiert ist und vernünftig hängt, verbinden wir wieder hier dieses Kabel mit dem Anschlusskabel des Paneels und haben damit die Stromversorgung zum Paneel wieder hergestellt. Jetzt haben wir hier noch dieses überschüssige Drahtseil hängen. Das könnt ihr entweder zu einer kleinen Rolle aufrollen und einfach hier oben auf das Paneel legen oder ihr zwickt es circa vier bis fünf Zentimeter unter diesem Haken ab. Ich würde auf jeden Fall hier etwas Reserve lassen. Falls ihr noch mal etwas nachkorrigieren müsst, zwickt es bitte nicht direkt hier unten ab. So, das fertig montierte Paneel sieht nun so in etwa aus. Ich habe es circa 25 Zentimeter von der Decke abgehangen und ich kann euch mal zeigen, wie es im eingeschaltenen Zustand aussieht. Man kann es immer schlecht hier bei dem Videobild beurteilen. Ich versuche es trotzdem mal. Ich schalte es einfach mal ein. So sieht es nun aus, wenn es eingeschalten ist. Wir können auch noch mal einfach hier unten auf meinen Tisch schauen, wie hell dieses Paneel in etwa in einem Abstand von einen Meter zwanzig quasi die Oberfläche ausleuchtet. Ich habe hier einfach mal die Umverpackung des Paneels hier hingelegt. Wir sind circa einen Meter zwanzig vom Paneel entfernt und ihr seht hier die Helligkeit, die dieses Paneel liefert. Das ist wirklich sehr hell. Also hier kann man schön arbeiten und es macht wirklich extrem viel Licht. So und damit komme ich nun auch zum Ende meines Montagevideos zu diesem Paneel. Hier noch mal ein kleines Dankeschön an Eurway, die mir das Paneel zum Testen zur Verfügung gestellt haben. Falls euch, wie gesagt, ähnliche Videos zu ähnlichen Themen noch interessieren, habe ich euch hier unten in den Anmerkungen noch mal einige verlinkt. Wenn ihr die Anmerkung eingeschaltet habt, könnt ihr einfach draufklicken und kommt direkt auf die Videos. Andernfalls könnt ihr auch auf meinen Kanal vorbeischauen. Ich habe euch auch noch mal meine Playlist Elektroinstallation hier verlinkt. Dort könnt ihr auch noch mal direkt draufklicken und kommt auf weitere Elektroinstallations Videos von mir. Falls ihr mehr meiner Videos schauen wollt, könnt ihr natürlich auch gerne meinen Kanal abonnieren, denn abonnieren auf YouTube ist kostenlos. Ich sage hiermit Tschüss bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.